Jetzt kommt eine größere Action. Ja, aber jetzt warten wir mal, was machen Sie jetzt? Ja, 23 Minuten müssen Sie noch laufen, oder? Ah, jetzt haben Sie es gerade merkt. Jetzt haben Sie es gerade merkt, ja, 40 Minuten. Jetzt müssen Sie den praktisch da runter machen. Aber das war ja falsch, oder? Problem. Doch, passt. 40. Das will ich das glauben. Das muss ich mir merken, erfinderladen.com. Das ist die Berlin-Standard-Pamme. Das haben Sie jetzt rund um die Uhr gemacht. 4 x 12 Meter, 1.600 und 11 Umbauten. 70 Arbeiter, 24 Stunden durchgehen. Das war ein Arbeitsgelegenheitsprojekt. Das wäre natürlich, wenn jetzt auf sowas komisch... Ja, genau. Ja? Ja? Also da kann keiner Wettbewerber oder sonst was bringen. Und das zusätzlich, oder? Zusätzlich, ja. Und im öffentlichen Interesse sauer. Hör mal, das machen wir... Heiner, das machen wir los. Das Ding ist klasse. Das ist eine 40, wie im Maße jetzt ist es, ne? ... ... Hahahaha Hahahaha Schmeiß weg Hahahaha Schweiß weg Scheiß weg Ha? Hahahaha Fakir Hahahaha Hahahaha